So meine Freunde, moin zusammen, grüße euch zu diesem Video. Danke, dass ihr einschaltet und herzlich willkommen, wenn ihr neu seid, gerne ein Abo dalassen. Und vor einigen Wochen kam so ein Newsletter-E-Mail bei mir bei Trade Republic rein. Wer das nicht kennt, das ist so ein Online-Broker, eigentlich nur auf dem Smartphone verfügbar. Und warum habe ich eine E-Mail bekommen? Denn sie möchten jetzt nicht nur die App auf dem Smartphone haben, iOS genauso wie auch Android-Phones, sondern eben auch auf den Browser gehen. Und das Ganze wurde jetzt irgendwie bei meinem Account scheinbar erst heute freigeschaltet. Zumindest sehe ich jetzt hier, dass der Login funktioniert. Ich habe es aber ehrlich gesagt jetzt auch vor zwei Wochen, als diese erste E-Mail, diese Info-E-Mail dazu kam, nicht ausprobiert. Weiß nicht, ob es da schon geklappt. Da könnt ihr in die Kommentare schreiben. Und ich wollte das zum Anlass nehmen. Erstmal so als Bekanntgabe. Jo, jetzt haben die ja auch eine Webplattform. Das ist in Sachen, ich sag mal, ja, also ich finde es übersichtlicher. Sagen wir es so, ich finde es übersichtlicher, anstatt alles so auf einem kleinen Display, auf dem Handy zu haben, mit den Fingern so zu tippen. Ich bin da eher der Maus- und Tastaturtyp. Finde ich besser. Die Seite generell, wenn man sie sich jetzt anguckt, ist übersichtlich. Das ist gut gestaltet, alles drum und dran. Was noch ein bisschen ausbaufähig ist, wenn man direkt weitere Informationen zu den einzelnen Investments hat oder überhaupt zu den einzelnen 8.000, glaube ich, nee, 9.000 sind es mittlerweile laut der E-Mail, Aktien hat. Das heißt, dass da irgendwelche aktuellen Daten drinstehen, so zum Beispiel, dass man klicken kann, hier ist ein Newsfeed oder ähnliches. Das hat die Firma gerade veröffentlicht. Dann werden sie die Quartalszahlen veröffentlichen und so weiter. Das fände ich wiederum noch ganz gut. Das fehlt jetzt hier in der Online-Variante, wie ich finde. Ansonsten sagen, genau, das ist eine andere Frage, die ich eigentlich an euch habe. Sagen einige von euch, und das kann ich mir ganz gut vorstellen, glaube ich auch. Sagt ihr das? Deswegen nochmal die Frage. Ich bin ein bisschen umschlauch, wie ich es formulieren soll. Benutzt ihr Trade Republic? Ja, nein. Und habt ihr es benutzt und benutzt ihr es weiterhin? Weil, ich spiele darauf an, wann war es? Irgendwann Januar, Februar diesen Jahres. Ich hatte ja auch ein Video darüber gemacht. Da war ja mit GameStop to the moon und ist ja nicht ganz so to the moon gegangen. Und dass die Aktie auch sehr, sehr stark gefallen ist. Und was ist da passiert? Der Aktienhandel bei Trade Republic war eingestellt worden für GME, also GameStop. Und das war eine ganz, ganz interessante Entwicklung, dass viele wirklich gesagt haben, ja, ich glaube nicht, dass da irgendwelche technischen Schwierigkeiten oder ähnliches vorlagen. Die haben versucht, den Handel hier wirklich absichtlich zu begrenzen. Das kann ich nicht beurteilen. Könnt ihr eure Vermutungen in die Kommentare schreiben. Und dementsprechend haben viele gesagt, nee, damit möchte ich nicht mehr arbeiten und was zu tun haben oder sonstiges. Deswegen auch mal so ein kleines Update-Video jetzt nach einigen Monaten. Weil der Mensch ist ja so eingestellt, er vergisst sehr viel. Er verzeiht auch sehr viel und sagt dann nachher, ja komm, ist aber trotz dessen eine gute, funktionierende App. Kann ich benutzen. Was mir allerdings die Tage aufgefallen ist, wo ich mich ärgert habe, man kann keinen Auftrag, zumindest wenn ich es richtig gesehen habe, einstellen, außerhalb der Handelszeiten. Das heißt, ich wollte eine Aktie kaufen, 7c Solar Parken, sagt euch vielleicht etwas. Die habe ich durch Zufall gefunden. Ja, und die habe ich jetzt hier nämlich in der Watchlist bei mir auch drin gehabt. Ich wollte die irgendwann vor über einer Woche irgendwann kaufen. Da stand die so bei 3,50 Euro, 3,70 Euro in dem Dreh. Und jetzt steht sie hier bei 4 Euro irgendwas. Ich habe sie nicht gekauft. Warum? Weil ich abends außerhalb der Handelszeit den Auftrag reinstellen wollte und dachte, jo, morgens früh, sobald ihr die Börse auf habt, wird das automatisiert durchgeführt. Geht nicht. Fand ich ziemlich unattraktiv. Da ist zum Beispiel ein ING-DiBa oder ein Comdirect oder ähnliches deutlich interessanter, wie ich finde. Schreibt eure Meinung unten rein. Bin gespannt drauf. Abonnieren nicht vergessen. Bis zum nächsten und ciao.